Willkommen zu Lampeschaft 22 Machen wir weiter Schwer Einfach ist zwar einfach Nehmen wir mal Mittel Und dann können wir nochmal Mal Das Bläh machen Schwer Machen wir erstmal einfach Die französische Karte Mal bestätigen Ah Million Fünfhundert Tausend Guck mal Guck mal Hier Guck mal Hier ist der Wachstumstadion Guck mal Gehen wir mal hin Was ist denn jetzt hier? die ich bin ich hätte ich ganz gut von dir Elf. Lass uns bei. Wir suchen ein Getreide. 2 sind das große. Wie viel? Eine Million. Hier noch so ein großes. Wie so ein kleines. Wo ein bisschen Grundstück ist. Wie das? Was das? Nehmen wir erstmal die 33. Ne. Da haben wir auch was zum Bauen. Wann kaufen. Wir wollen große. Ganz große. Ja. Ganz gute Leistung. Gute Gruppe. Gute Wahl. Gruppe. Wie viel Leistung hat der denn? Fast 300 PS. 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 1. 300 PS 3. 4. 3. 4. 4. 3. 5. 4. Oh mein Gott. Oh, war das Toil. mal verdient kalender einfach aus absturben kalender Nein, sonst lohnt es ich nicht und mit rechtem guten Angebot, ne. Vielleicht fühlt sich viel, willst du mal so eine Getreide, ich habe umgekauft, ne. Wo war es noch mal, wo war es noch mal bei LS22, ich war nie noch, ne, das ist nur Futter, ach, schon richtig, ist ja neu, dass die umplatziert haben. Wollen wir mal gucken? Wollen wir mal gucken? Das sind Pflanzen. Sag nicht, dass das ist das Falsche. Das ist halt gut, richtig. Können wir noch einen guten Metrische leisten? Jetzt sind wir zu teuer. Hier tausend. Wollen wir uns schon hier? Je besser die Geräte. Die auch ne Fluch mir ist. Das macht weniger Geld. Das jetzt einfach so geht. Das reicht bestimmt nicht. Vier mehr. Drei Stück. Wo stehen die Städte? Ganz hinten. Wo stehen die denn? Ganz hinten. Hier wollen wir es ganz voll haben. Ganz hinten. Ganz hinten. Ganz hinten. Ich kann erstmal die Hände anbringen. Schau mal schnell. So. Warum nimmt er nicht an? Ganz hinten. Ganz hinten. Ganz hinten. Ja, das bestimmt nicht mit der Straße klarkommt. Kann noch. Das bestimmt... Nee. Wir können jetzt jedes von der Eintritt fahren. Heutzutage Wir werden auch ganz gut. Das ist ein guter Passwort für den Silo. Was haben wir denn hier? Ohmwoller. Das ist vorteil. Das ist ein guter Passwort. Das ist ein guter Passwort. Das sieht vorm aus, wenn man auf einfach spielt. Das fährt weg. Ja, kaum eh nicht. Jetzt erst ab. Und nicht im Raum. Können wir nicht mit den Erden anfangen. Machen wir eine Abkürzung. Hier ist schon eine Gruppe. Jetzt wird das auch größer. Ich wollte... Dass ein paar größere Maschinen rankommen, bei einem größeren Feld. Jetzt mal Wurst. Dann wird die Hausseiten. Die Hausseiten. Jetzt muss man das Euch aufschreiben. Hier ist noch nicht neufgutig. Jetzt cantisch. Das ist ein wenig. Das ist ein wenig. Das ist ein wenig, weil wir das machen. Das ist ein wenig. Das wird nur noch nicht gut. Das kann, dass wir das jetzt nicht nachher kommen. Das ist nicht so extrem. Das muss die Flurieronkunden. ich konnte dringend er schuld beginnt er kann sich nicht mehr Das ist konzipiert. Was ist das? Der Weg rum. Das ganze See. Das ist schon groß. Was ist diese Ecke? Das kann nicht so wirklich groß. Kann man so ansehen? Nee. Ah, das wird den zu teuer. Wir haben am nächsten Silo. Ja. 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 15 Meter wären besser. Früh können wir auch mal kaufen. Dann ist die Stadt. Das ist die Stadt. Ja, ich schieße das auch schon mal auf den Weg. Ich fahre ein Geblieben. Das war diese Folge Landwirtschaft 22. Bis zu den nächsten Folgen Landwirtschaft 22.